Für heute sozusagen, Mikrofon los und das gebe ich jetzt weiter. Ich bemerke, ich habe bereits Tonenmikrofon, das ist immer ein technischer Startvorteil, gerade vor so einem großen Auditorium. Wir haben uns die Fragen untereinander ein bisschen aufgeteilt und in Themenblöcke kopiert. Es gibt eine leichte Rückkuppelung, merke ich. Jetzt ist sie weg, danke. Deswegen darf ich gleich in die Diskussion einsteigen. Die erste Frage, wir hatten heute schon einen Vortrag zum Thema der Ukraine. Diese Frage und diese Thematik berührt sehr, sehr stark die Frage nach der europäischen Außenpolitik, der europäischen Diplomatie. Die Fragen dazu sind, wo siehst du die großen sicherheitspolitischen Herausforderungen für die Europäische Union der nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und in dem Zusammenhang, man hat in der Ukraine sehr, sehr stark ein Versagen der europäischen Diplomatie bemerken können. Jetzt gibt es dazu die These, dass eine europäische Diplomatie nicht stark sein kann, ohne eine europäische Armee, die dahinter steht. Solange ich Putin nicht sagen kann, ich marschiere auch ein, wenn du einmarschierst, wird er nicht auf mich hören. Ist das eine Option? Können wir so in die Zukunft gehen? Naja, das ist wieder so eine Frage, wo ich fürchterlich lange darauf antworten müsste normalerweise. Ich werde gerne versuchen, mich auf ein paar Punkte eigentlich zu konzentrieren, die mir sehr wichtig erscheinen. Und zwar hast du angesprochen, zum einen die europäische Außenpolitik und die Auswirkungen der europäischen Außenpolitik auf die Ukraine. Und ich glaube, da muss man schon, ich meine, ich habe keine politische Funktion, ich darf hier die Wahrheit sagen, wie sie mir in den Kopf hereinkommt, darf man glaube ich schon Folgendes feststellen, man sagen muss, ich glaube die europäische Außenpolitik an sich ist zunächst einmal ein Work in Progress. Ja, wir sind auf einer Baustelle. Wir haben erst seit ein paar Jahren einen Außensprecher oder das, was immer wieder angesprochen wurde als Telefonnummer, wer ist denn zuständig für die europäische Außenpolitik? Und da hat sich eben nach den letzten Europawahlen, nach der Schaffung, Kommission und Neuordnung im Rat eine Situation ergeben, dass die europäische Diplomatie einen, wenn man so will, außenpolitischen Sprecherin bekommen hat, Margaret Ashton, die einmal, würde ich sagen, qualitätsmäßig doch um einiges hinter der Qualität der europäischen Diplomatie zurückgeblieben ist, sagen wir es einmal freundlich. Ich habe sie erleben dürfen in verschiedenen Ländern, ich habe sie sehr stark, ich war sehr engagiert in Libyen zum Beispiel und war also leider Gottes immer wieder relativ erstaunt darüber, wie es möglich ist, durch Besuche bei falschen Personen, falsche Personen zu legitimieren. Das ist leider Gottes, glaube ich, ein Bereich, wo die Außenpolitik immer wieder schiefgegangen ist. Wobei ich das aber nicht auf die gesamte europäische Diplomatie ausweiten möchte. Ich glaube zum Beispiel, dass der Vertreter der Europäischen Union in Kiew, ein polnischer Botschafter, absolut ausgezeichnet ist. Dass er hervorragend wirken konnte während der letzten Monate, dass es ohne ihn möglicherweise, und das sagen auch viele Beteiligte, ohne seine Hintergrundaktivitäten, es möglicherweise noch wesentlich, mit wesentlich mehr Gewalt abgelaufen wäre und dass die Diplomatie gar nicht so schlecht ist und ich erwähne in unserem Kreis, darf man es auch erwähnen, dass es sich dabei um einen alten Pan-Europäer handelt, der auch Pan-Europa sehr nahe steht. Also ich glaube, dass die Diplomatie an sich gar nicht so schlecht ist, aber etwas ist, was erst wirklich noch als europäische Diplomatie in den Kinderschuhen tatsächlich stellt und sich beginnt erst langsam aufzubereiten und langsam erst Effizienz zu gewinnen. Und dann halt jetzt natürlich mit der Krise in der Ukraine, die sicherlich eine der schwierigsten Krisen ist, mit denen Europa seit sehr, sehr langer Zeit, wenn nicht überhaupt seit dem Zweiten Weltkrieg, tatsächlich zu kämpfen hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass ich schon relativ lang, noch nicht so lang, aber doch immerhin schon seit 35 Jahren, 40 Jahren dort aktiv bin und mir diese Außenpolitik sehr genau anschaue. Ich meine, seit dem Zweiten Weltkrieg kommt mir vor, dass nach der Kuba-Krise, die sicherlich noch wesentlich problematischer war, aber für mich ist momentan die Krise in der Ukraine wahrscheinlich die größte Sicherheitskrise, die wir uns eigentlich derzeit überhaupt vorstellen können. Wie kann jetzt, ich meine, ist das Ganze etwas, das von, ich meine, es ist vorher angesprochen worden bei dem wirklich ausgezeichneten Vortrag und ausgezeichneten Präsentation zur Ukraine, muss ich aber sagen, ist natürlich auch angesprochen worden, wie organisiert sich die Rolle, die NGOs dort spielen, die Rolle, die die ganzen Nichtregierungsorganisationen, die Unterstützung von anderen Staaten, die es dort gegeben hat. Das heißt, hätte Europa besser auftreten können, ja, mit Sicherheit, keine Frage, aber wie gesagt, da haben uns vielleicht in vielen Bereichen der politische Wille und auch die Mittel gefehlt. Und das hat auch dazu geführt, dass wenn wir uns heute Diskussionen anschauen, die es dazu gibt, ich schon immer wieder relativ erstaunt darüber bin, wenn ich sehe, wie viele Leute hier, glaube ich, eine ungemein rosane Brille aufsetzen, wenn sie sich anschauen, was in Russland passiert. Und ich glaube, da muss man einfach realistisch die Geschichte mit sich anschauen, um zu wissen, wozu so ein Konflikt tatsächlich führen kann. Man kann die Geschichte nicht einfach ausbrennen dabei. Ich hatte vor einem Jahr eine ungemein interessante Diskussion mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister von Russland in einer geschlossenen Gesellschaft und habe ihn damals die Frage gestellt, wie schaut es denn prinzipiell aus mit Russland heute mit dem Prinzip, das ja in der Sowjetunion geherrscht hat, des nahen Auslandes. Man hat also gesagt, unsere Nachbarstaaten müssen mit allen Mitteln von uns militärisch, wirtschaftlich und politisch dominiert und kontrolliert werden. Das war das Prinzip des nahen Auslandes. Wie schaut es mit dem Prinzip heute aus? Und er hat mir völlig offen, ich bin, kann ich sagen, ich bin ihm einige Male begegnet, ich glaube, wir verstehen uns sehr gut, gesagt, natürlich ist es ein Prinzip, das heute genauso gilt wie damals, da wo wir als Russland die Möglichkeit dazu haben. Und wenn man die Möglichkeit dazu sieht, und momentan sieht Russland offensichtlich diese Möglichkeit, die Ukraine in einem Maße, wie es eben damals auch im Rahmen des Warschauer Pakts stattgefunden hat, zu kontrollieren, dann versucht natürlich Russland auch diese Macht auszuüben. Und wenn da der Westen nicht klar auftritt und sagt, Moment, ich glaube, wir sollten eigentlich alle mit den gleichen Spielregeln spielen. Und wenn wir sprechen von freiheitlich-demokratischen Grundordnungen, wenn wir sprechen von Wahlen und Grundprinzipien, wie sie zur Anwendung kommen sollten, dann sollten die auch für alle gelten. Weil sonst, bitte, muss die Rückfrage sofort erlaubt sein, dass man sagt, warum hat sich Russland so lange zur Wehr gesetzt, zur Anerkennung des Kosovo? Ich meine, mit dem gleich selben Prinzip, wie sie heute sagen, man müsste die Krim als russisch anerkennen, müssen sie auch zum Beispiel den Kosovo sofort anerkennen und gewisse Rückfragen in den, ich würde mal sagen, kolonialen Teilen Russlands sich auch gefallen lassen. Also da muss ich sagen, entweder stehen wir für unsere Grundprinzipien ein, dann müssen wir auch mit der Ukraine ganz klar dastehen, oder wir stehen nicht ein, dann müssen die Karten neu gemischt werden. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre. Abgesehen von der gemeinsamen Sicherheit und Außenpolitik steht Europa noch vor einer anderen Herausforderung, nämlich dem demografischen Wandel. Wo sehen Sie die Möglichkeit, dass wir für die Zukunft schon jetzt anfangen zu denken? Weder eine gezielte Immigration, die Lösung unserer Erkunftsprobleme, würde das die niedrige Geburteninarte mindern? Haben Sie ein Geheimrezept für uns, junge Menschen? Also ich glaube, wenn ich ein Geheimrezept hätte, dann würde ich damit schon wesentlich früher herausgekommen sein und hätte eine hervorragende politische, wirtschaftliche und sonstige Position. Ich habe das Geheimrezept nicht. Ich habe nur das Gefühl, dass ich vielleicht in dem Fall sogar noch mehr Probleme sehe, als die meisten anderen Menschen sehen. Ich muss natürlich sagen, es ist im heutigen Tag, bei den verschiedenen exzellenten Vorträgen heute, vieles davon schon zur Sprache gekommen. Eben zum Beispiel, wie schaut unsere Gesellschaft überhaupt aus? Wie schaut der Gesellschaftsausbau aus? Was ist die Grundzelle der Gesellschaft, die Grundzelle des Zusammenlebens, nämlich die Familie? Die Frage des Subsidiaritätsprinzipes. Da ist, glaube ich, schon sehr viel zur Sprache gekommen. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, weil du auch angesprochen hast, Immigration und ähnliches. Ich glaube, da ist den meisten, ich traue mir zu, mit Sicherheit zu sagen, den meisten unseren Politikern, aber auch den Realdenkenden Menschen vielfach noch gar nicht klar, was hier tatsächlich noch auf uns zukommen wird und dass wir noch nicht mal ansatzmäßig spüren, was hier tatsächlich passieren kann. Ich habe am Anfang des Jahres einen Vortrag halten dürfen zum 1200. Todestag von Karl dem Großen. Da hat mir damals die Zeit, damals, es gibt sehr wenig Dokumente aus der Zeit, aber hat mir anschauen können, auch die Auswirkungen, mit denen er sozusagen aus dem Bereich der Völkerwanderung noch hat heraus, sich auseinandersetzen müssen. Und ich muss sagen, es hat mich bis zu einem gewissen Grad, natürlich nicht im damaligen Ausmaß, aber auch schon ein bisschen an unsere heutige Zeit erinnert, welche Konflikte zu welchen Völkerwanderungen bei uns noch tatsächlich führen werden. Ich meine, ich erwähne jetzt nur vielleicht ein, zwei kleine Beispiele, wo ich das Gefühl habe, wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe also auch bei meiner Tätigkeit mit Blue Shield, habe ich sehr viel mit Syrien zu tun gehabt in der letzten Zeit. Und wenn man sich den Konflikt dort anschaut, muss man sagen, ganz egal, wie der Konflikt ausgeht, wenn er mal ausgeht, weil man muss ja auch ganz realistisch bei dem Konflikt sagen, dass alle großen internationalen Kräfte derzeit mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, daran arbeiten, dass der Konflikt nicht aufhört, weil sie sich ja auch im Hinterkopf sagen, dort tun sich momentan die ganzen radikalen Wahnsinnigen gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und wenn der Konflikt aufhört, dann gehen die alle woanders hin und fangen es in einem anderen an. Und deswegen tun die meisten zwar nach außen hin und sagen, sie arbeiten an einer Lösung des Konfliktes, aber wenn man sieht, was tatsächlich geschieht, ist das nicht die Agenda, die dahinter steht. Aber ein Resultat muss man sich realistisch betrachten. Und das ist, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die christlichen Minderheiten, deren es sehr viele in Syrien gibt. Für die ist ganz egal, wer von den gegenwärtigen Konfliktparteien dort einmal die Dominanz gewinnt, da ist dort für die kein Platz mehr. Die haben nur wenige Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Und das trifft nicht nur vielleicht zwei Millionen Syrer, das trifft ganz genauso, wenn wir heute nach Ägypten schauen, das trifft sechs Millionen christliche Ägypter, fast alle, acht Millionen christliche Ägypter, das trifft sehr, sehr viele andere auch aus der Gegend, von denen unendlich viele, nicht zuletzt auch nach Europa kommen werden. Und ich glaube, da sehen wir, da müssen wir irgendwo uns geistig, aber wahrscheinlich auch von staatlicher Seite her darauf wappnen, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, etwas auf uns zukommt, von dem wir momentan vielleicht wirklich nur die Spitze des Eisberges sehen können und das natürlich von der Immigrationsseite her ein riesiges Problem darstellen wird. Wir haben heute auch viel über Toleranz gesprochen. Sollten wir Europäer im Hinblick auf unsere Zukunft noch toleranter werden? Besteht da nicht die Gefahr, dass wir unsere christlichen Werte vergessen? Also ich würde die Toleranz schon sicherlich auch zu den christlichen Werten dazu zählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, ich meine, da müsste man jetzt die Toleranz natürlich ein bisschen genauer definieren. Wenn ich jetzt sagen würde, tolerant zu sein, bedeutet, dass ich denjenigen Menschen, so wie ich es vorher gerade versucht habe anzusprechen, denen es unter den Umständen fürchterlich schlecht geht, dass ich denen helfen muss, dann würde ich sagen, ist die Toleranz zweifellos gegeben. Wenn es darum geht, in unserem eigenen Rahmen tolerant zu sein, so wie es gerade im letzten Vortrag durch Sie, Herr Professor, angesprochen wurde, dann ist vielleicht ein bisschen bei uns zu viel Toleranz gegeben. Muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn es die staatlichen Strukturen und Ähnliches anbelangt. Aber sagen wir, ich halte Toleranz prinzipiell natürlich für etwas Gutes. Ich halte auch, sagen wir, die Toleranz, wenn man ein paar Punkte anspricht, was jetzt Toleranz bedeutet. Wir müssen, glaube ich, sehr tolerant sein, wenn man sich überlegt, wer sind denn heute Europäer, wenn man sagt, viele Leute drängen nach Europa herein und wollen hereinkommen. Wer ist denn heute ein Europäer? Ja, natürlich, ich glaube, da müssen wir auch relativ tolerant sein und sagen, Europäer ist derjenige auch, der sich auch als Europäer fühlt, der von sich überzeugt ist, dass er Europäer ist. Das kommt dann auch aus der Betrachtungsweise Europas hervor, ob ich jetzt Europäer bin oder nicht. Da erwähne ich immer nur, es hat, vor vielen, vielen Jahren gab es einmal eine Bewegung in Marokko, die gesagt haben, wir gehören eigentlich zu Europa dazu, weil historisch fängt Afrika erst südlich des Sahel an und nördlich des Sahel hat sich, Mittelmeer war immer ein europäisches Binnenmeer und Europa hat sich historisch immer um das Mittelmeer herum abgespielt, also gehören wir dazu. Damals haben natürlich die europäischen Institutionen gesagt, nicht ganz, also geografisch ist das vielleicht nicht ganz nachzuvollziehen und da hat man dem natürlich eine entsprechende Grenze gezogen. Und ich glaube da, je mehr wir uns hier andere Staaten anschauen, umso klarer muss man auch sagen, unsere Spielregeln sind ganz klar von Seiten der Europäischen Union. Wir haben diese Regeln ganz klar aufgestellt, wer praktisch auch hereinkommen kann und die sind nicht einfach, die sind extrem kompliziert. Deswegen teile ich auch nicht so viele Ängste, dass die Union jetzt so schnell ins Unendliche wachsen wird. Dafür sind die Spielregeln viel zu stark und viel zu klar aufgestellt. Aber wenn jemand sich als Europäer fühlt, dann muss man auch die Toleranz haben, dass man ihn auch als Europäer behandelt. Im Anschluss an das gerade Gesagte kann man aber trotzdem wahrscheinlich diese Analyse treffen, dass sich Europa in einem Umbruch befindet. Nicht nur Europa, sondern auch alles, was sich um Europa herum befindet. Wir haben einen sogenannten arabischen Frühling, aber auch einen arabischen Herbst bemerkt. Wir bemerken die Ukraine, wir bemerken aber auch, dass offensichtlich dem so empfundenen alten Europa irgendwo die Antworten fehlen. In Österreich haben wir einen Nationalrat, der aus so vielen direkt gewählten Parteien besteht, wie noch keiner der Zweiten Republik zuvor. Wir haben neue Parteien wie die Neos, die wie Pilze nach oben schießen. Wir haben auch Milliardärsparteien, nicht nur in Österreich, sondern auch in der Slowakei. Wir bemerken in den Umfragen im Vereinigten Königreich, dass die UKIP bereits die Konservativen mit den Umfragen geholt hat. In Frankreich hat der Frau Nationalgerde massiv zugewonnen bei den Gemeinderatswahlen und in Italien gibt es eine Fünf-Sterne-Bewegung eines Clowns, der allerdings Wert darauf legt, kein Clown wie Berlusconi zu sein. Ist Europa in einer Krise? Ist es eine Krise der Demokratie, eine Krise der Institution? Oder müssen wir uns einfach auf eine komplett andere Ordnung vorbereiten? Naja, das ist jetzt schwierig. Natürlich ist Europa in einer Krise, das ist ganz klar. Und Europa ist nicht etwas, was wir als selbstverständlich hinnehmen können. Man muss immer darum kämpfen, dass gewisse Wertvorstellungen und dass gewisse Strukturen auch erhalten bleiben, wenn wir sie erhalten wollen. Und damit befindet es sich natürlich immer in einer Krise. Aber es gibt natürlich, wenn wir sagen, sind wir in einer Umbruchszeit. Ändert sich bei uns momentan alles? Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, etwas, was auch historisch ganz natürlich bedingt ist. Ich glaube, was mich so fasziniert ist, wenn wir in einem Jahr sind, wo wir so viele Jahrestage feiern. Wie jetzt, bei dem war es den Jahrestag zum hundertjährigen Anfang des ersten Weltkrieges und 200 Jahre Wiener Kongress und 1200 Jahre Tod von Karl dem Großen und 25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs. Und all diese Jahrestage haben damit zu tun, dass es bei uns riesige Umbrüche gegeben hat. Und dass wir auch entsprechend viel daraus lernen konnten. Und da muss ich ehrlich sagen, aber alle haben sich irgendwo doch um einen Bereich herum abgespielt, der in Amerika so interessant als Inevitability of Geography bezeichnet wird. Also es ist so, dass uns nun mal gewisse Standards vorgegeben sind. Und im Rahmen dieser Standards gibt es gewisse Änderungen. Das ist ganz klar. Da sind auch Umbrüche vorhanden. Ich möchte ein Beispiel nennen, wo zum Beispiel etwas sich sehr langfristig hinzieht. Für mich ist eine Sache gewesen, die mich absolut fasziniert hat, als ich mich auseinandergesetzt habe, eben mit der ganzen Frage von Karl dem Großen, ist doch, wenn man sich anschaut, dass das Reich Karls des Großen geografisch genau das gleiche war, wie die sechs Gründungsländer der Europäischen Union. Und dass man eigentlich eine Linie durchziehen kann von damals, die einfach geografisch bedingt war, dass es eben ein europäisches Kerngebiet gegeben hat, das auch einen gewissen Bedrohungsbild damals gehabt hat. Das hat sich auch durch die Zeiten immer wieder durchgezogen. Also da gibt es gewisse Parameter, die sich immer wieder wiederholen, die immer wieder auch durch Geografie mit vorgegeben sind, innerhalb deren natürlich ganz große Umbrüche stattfinden. Und wenn man von großen Umbrüchen spricht, dann muss man eben auch sehen, dass es in jeder Gesellschaft gewisse Zyklen gibt. Und eine sehr interessante Theorie einmal gesehen, die von Gesellschaftszyklen gesprochen hat und die gesagt hat, jede große Gesellschaft, die wir uns anschauen, die wir historisch betrachten können, egal ob es das alte Rom war oder ob es Ägypten war, sieht man, dass der Gesellschaftszyklus in drei Teile eingeteilt werden kann. Nämlich dort ist es in einer Art, ich muss sagen, in einer fast humoristischen Art und Weise eingeteilt worden, indem man gesagt hat, jede Gesellschaft lässt sich in drei Teile einteilen in ihrem Lebenszyklus, nämlich in die Pubertät, in die Maturität und in die Senilität. Und dann ist es eben eingeteilt worden von damals, wo man gesagt hat, wenn eine Gesellschaft sich in der Pubertät befindet, dann bedeutet das, dass sie eben typisch pubertäre Ausbrüche hat, dass sie also sagt, alles was für sie im Augenblick wichtig ist, ist das einzige, was gilt. Ihre Wertvorstellungen sind die einzigen, die eine Berechtigung haben und müssen deswegen überall und sofort hin exportiert werden. Und wenn wir jetzt dieses Prinzip dieser Dreiteilung, Pubertät, Maturität und Senilität, auch die heutigen Gesellschafts, großen Gesellschaftsbereiche anwenden, dann, und da fange ich jetzt mal mit den Vereinigten Staaten von Amerika an, dann ist die Vereinigten Staaten von Amerika typischer Fall in einem Zeitrahmen der Pubertät. Also alles, was für sie gerade wichtig ist, und die amerikanischen Wertvorstellungen sind das Wichtigste auf der Welt und müssen exportiert werden und notwendigerweise, wenn es unbedingt sein muss, werden sie auch mit der Hilfe von Atombomben exportiert. Das muss also werden niedergebombt. Amerikanische Wertvorstellungen müssen, sind das einzig Wahre, müssen exportiert werden. Das ist ein sehr pubertäres Verhalten. Es lässt aber die Hoffnung zu, dass auch die amerikanische Gesellschaft relativ bald in den Bereich der Maturität hereinkommt und dann das Ganze etwas gelassener nimmt. Wenn man jetzt das Ganze